das erste ist vier gewinnt das kann man zum beispiel auch an der tafel machen und dazu waagerecht einfach die numen nehmen als beispiel und senkrecht die werden das heißt die schüler müssen dann immer das beides zum beispiel zusammen in einem satz präsentieren um überhaupt ein punkt oder ein x setzen zu können das zweite spiel ist es als zum beispiel die tische farbig zu markieren also so dass man die tische mit etwas zusammensetzt beispielsweise den artikel oder ja das roh zum beispiel für ein bestimmte neuvokabel steht also immer wenn es gesagt wird dann muss man dann aufstehen oder dass man es mit dem artikel benutzt und dann aufstehen muss etc also das kann auch sehr witzig sein und das dritte ist wir kennen vielleicht in die ecken gehen in die vier ecken gehen und hier könnte man es so machen dass man in die ecken guckt also dass man sagt da sind die artikel der die das und man schaut einfach in diese ecken hinein wenn es angesprochen wird und auch das kann eigentlich sehr gut funktionieren